Johannes hat gesagt, dass man so, wenn man auf der Toilette sitzt, den so nach hinten hält und dann kommt da der Strahl raus und dann macht man sich den Popo sauber. Der Mond ist da, die Tränen sind getrocknet und die aufgewühmten Seelen kommen zur Ruhe. Zeit für zarte, gefühlvolle Gespräche. Wie machst du das nach dem Toilettengehen? Nachdem du groß warst. Ich war hier noch nicht einmal groß. Was? Ich schwöre bei Gott. Das ist alles super, das läuft richtig gut. Ich habe Salat, Salat gegessen. Der Salat dauerte mal lange. Salat, weil Salat ist tot. Das dauert, das liegt halt nur im Anger. Das dauert richtig lange, was rauskommt. Wieder was gelernt. Salat ist tot, Salat dauert lange. Bildungsfernsehen vom Feinsten. Du nimmst auch nur den Schlauch oben, oder? Bitte was, Schlauch? Nein, ihr müsst doch den Schlauch nehmen. Welchen Schlauch? Oben. Wofür? Ja, hier. Für den Arsch? Ja. Nimmst du den Schlauch? Ja, das muss man machen. Aber das ist normal. Also hier. Ich wollte fragen, ob das stimmt, dass der Schlauch oben für die Toilette für den Popo ist. Ja, wieso benutzt du den nicht? Kannst du also mit dem gezielten Spritzer macht man das? Ach du verarschst mich. Du guckst dir vorher die Düse an, wo die hingeht. Und dann hältst du den hin und dann merkst du es. Und dann sagst du, oh, ja genau, oder? Johannes hat gesagt, dass man so, wenn man auf der Toilette sitzt, den so nach hinten hält und dann kommt da der Strahl raus und dann macht man sich den Popo sauber. Und was dachtest du, wozu der da ist, der Schlauch? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich euch. Ich weiß nicht, drin steckst du ja nicht einen Schlauch im Popo. Um Himmels Willen, nein, im Ernst. Der Brauseschlauch an der Toilette ist tatsächlich dazu gedacht, dass man sich auf Wunsch eine Unterbodenwäsche gönnen kann. In vielen Ländern eine ganz normale Sache. Klingt komisch, ist aber so. Nee, das ist wirklich so, weil in Thailand darfst du kein Toilettenpapier in die Toilette werfen. Ihr verarscht mich. Ich verarscht. Nein. Wir verraten es keinem. Und dann machst du das ja, spritzt du so seitlich, spritzt du so und ein bisschen rumrum. Ja, Power. Das ist doch richtig schön, was da reingeht. Aber es tut doch weh am Popo. Nein, das ist super. Ich bin da jetzt. Es ändert alles. Ich lasse mir so einen Schlauch einbauen, das schwöre ich dir. Bist du das ernst? Ich meine es ernst. Also wenn jemand so schwärmt und sich so einen Schlauch zu Hause selber einbauen will am Klo, dann kann das ja gar nicht so schlecht sein. Probieren du es auf jeden Fall. Ich sage mal, probieren geht über Studieren. Ich versuche jetzt mal die Dusche. Das wird jetzt lustig. Fremde Kulturen hautnah erleben. Krümel traut sich. Ich berichte, wenn ich es ausprobiert habe. Also du musst jetzt ein bisschen Geduld haben, ne? Ja, ja. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Die weltweite TV-Premiere Krümels erste Popodusche. Und dann geschieht das Wunder. Du lässt mir keine Ruhe, nein, ich schaff keinen Schlaf. Bemisst du deine Art wie am ersten Tag. Du bist so brutal, krieg' einen Herzinfarkt. Ich komme nach Hause und sie fragt, wo warst du? Das hat sich alles angefühlt wie ein paar Tage. Das ist doch noch ein bisschen komisch. Ihre Gedanken, circa 30. Ja? Ich habe eine bescheuerte Frage. Wenn ich die Dusche benutzt habe, danach nehme ich aber Toilettenpapier, oder? Genau. Ja, okay. Ich bin absoluter Po-Duschen-Fan. Sauber. Das ist supergeil. Du fühlst dich sauberer als auf dem Toilettenpapier? Ja, das ist tausendmal sauberer. Das ist Hammer, ist das. Happy Popo, Happy Woman. Diese Po-Dusche ist für mich die Erfindung des Jahres. Hat für mich einen Oscar verdient. Und ich kann nicht verstehen, dass das in Deutschland noch nie thematisiert wurde. Ich habe echt gedacht, das ist ein bisschen Verarschung. Aber das ist echt super. Ich habe noch nie so ein sauberes Po-Gefühl gehabt. Also es ist echt richtig, richtig super, wa? Das funktioniert richtig gut, ne? Echt, mega geil. Du fasst auch das Gefühl, du bist rein und sauber. Das ist der Oberhammer. Also ich werde das auf jeden Fall Werbung für machen.